Da hat es mich nur zufrieden, Isabella, und wir haben auch fünf Minuten getan. Wir sind gerade die erste, die zweite, die zweite, die andere, und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war immer da. Und Isabella, die gibt ich zurück. Ich habe mit ihr gesprochen, und sie geht, und sie, okay, sie kriegt das Geld zurück. Ich habe versprochen, sie hat es nicht. Was haben sie für Mann? Was haben sie für Mann? Was haben sie für Mann? Also bei WF hat es bestimmt noch Schaden, wo es eh geschlagen ist. Keine Ahnung, warum ist die Wiener? Ja, ja, es war kaputt. Keine Ahnung, was das war. Ich meine, es war eine Realanlösung. Na, schon. Und muss ich dann nur helfen. Aber wofür braucht man den Lustrecker, wenn ich auch einen oben hier schauen kann? Nein, das ist nicht so. Wir haben den Lustrecker bei mir schon gesehen. Aber vor Jahren war es auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ein Pilz. Ein Pilz mit dem Kopf. Und der Schrauben ist ein Loch. Ja, geht es aber auch nicht durch. Und das ist ein Loch mit dem Hintergrund. Da kannst du mit Gewinde reinlegen und dann so mit Gefühl. Du bist ja nicht so brutal. Ich zerstörst du dann mit Gewinde. Du gehst mit Gewinde, also man pinzt. Und kannst den Lustrecker langsam so klöck 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 klöck. Und aufhören bevor der Inhalt wasch ist. Aber ich glaube lieber mit der Tasse. Aber der hat noch so eine Methode, einfach draufhauen. Ja. Springen weg. Ich hab... Ich hab hier, ich hab auch schon. Ich hab nicht gewacht. Aber das geht genauso. Verkleidet wie mit jedem anderen. Diese, wo es so langsam geht, ist mir die Splitter. Da hast du die Splitter, aber die Splitter sind... Ja. Und wenn du draufhassst, kriegst du jemanden, das soll ein Problem. Die Splitter sind aber in der Schale, in dieser Werkschale. Und dann lässt du es aus und die Schale gehören. Ja. Der springt nicht weg. Ja. Ich hab jetzt noch ein bisschen gesammelt dieses Jahr. Ich hab hier ganz im Kilo oder so, aber im Keller gegeben. Im Oktober, Alter. Im Oktober hab ich die gesammelt. Und dann wird er später, hab ich gerade mal gegessen. Und dann hab ich gedacht, haben wir noch verschleppt. Die sind noch zu früh. Die müssen noch ein bisschen lang. Aber eigentlich kannst du sie erst essen nächstes Jahr. Wenn die von diesem Jahr sind. Die müssen morgen ja... Es war ja schon gut. Wenn du morgen Schleiber auf Formulette musst, morgen frühst. Dann weißt du warum. Aber deine haben Splitter nicht schmeckt. Nee, die waren noch frisch. Die sind dann vom Bauchgefahren. Ja. Die schmecken die auf Wein und deine haben Glitter. Die haben so gekocht. Das ist ein bisschen alles. Die sind noch zu großartig. Ja, mal noch ein bisschen mehr. Kann man die hier drauf fragen. Wenn das nicht mehr kommt. Ja, da wird es nicht mehr. Ja, da wird es nicht mehr. Aber das ist echt nicht mehr.